Pur, so heißt das Einstiegsmodell des Lada Niva. Treffender und prägnanter kann die Modellbezeichnung gar nicht gewählt werden. In einer Zeit, in der der Durchschnittsbürger durch technische Gimmicks und Accessoires zu überfrachten droht, gilt beim Lada Niva offensichtlich die Maxime, Reduzierung auf das Wesentliche. Den Lada Niva kennt jeder. Aber immerhin läuft die Karosserie seit mehr als 35 Jahren nahezu unverändert in der gleichen Form vom Band. Lada setzt auch auf bewährte Technik. Antriebsmotor ist ein 1,7 Liter, der sogar die Euro 5 erfüllt. Allrad erfolgt permanent auf alle vier Räder. Die ringsum spiralgefedert für lange Federwege sorgen. Der Lada verfügt über eine Geländereduktion von 2,14 zu 1, sodass er auch in sehr unebenem Geläuf langsam kriechen kann. Die Sicherheitsausstattung ist eher mager. ABS, Airbags, Einparkhilfen oder elektrische Helferlein sucht man auf breiter Front vergeblich. Der Nutzfahrzeugcharakter steht eindeutig im Vordergrund. Der Niva 4x4 versprüht eindeutig den Charme des Zweckoptimisten und findet genau aus diesem Grund auch nach mehr als 35 Jahren Bauzeit in Deutschland nahezu 1500 Käufer jährlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017